hallo leute da bin ich wieder fühlt ihr euch auch manchmal bei whatsapp beobachtet weil jeder sehen kann dass ihr gerade online seid bei whatsapp gibt es jetzt endlich eine neue funktion auf die bestimmt viele von euch schon lange gewartet haben man kann jetzt endlich den online status verbergen ich meine nicht dass zuletzt online das kann man schon lange verbergen sondern dass live online also ob man gerade in diesem augenblick online ist ok fangen wir an ihr öffnet whatsapp geht unten in der in die einstellung dann ins menü konto dann habt ihr oben ganz oben datenschutz das klickt ja an und dann habt ihr hier zuletzt online das wird auch angeklickt dann erscheint wer kann meinen zuletzt online zeitstempel sehen da könnt ihr anklicken alle meine kontakte meine kontakte außer wenn ihr zum beispiel nicht wollt dass euer chef sehen kann oder niemand und jetzt kommt das neue wer kann sehen ob ich online bin also ob ich gerade online bin das könnt ihr dann anklicken auch alle oder wie bei zuletzt online also wie bei dem oberen bei der oberen einstellung ja wenn ihr euch das wie gewünscht eingestellt habt geht ihr zurück auf datenschutz alles wird aktualisiert und das war es auch schon war ganz einfach oder ich hoffe das video hat euch geholfen und gefallen wenn ja würde ich mich über kommentare einen daumen nach oben und ein abo freuen danke bis zum nächsten mal